Ja, Moment, ich bin bei der Arbeit jetzt hier, ja? Guten Abend! Guten Abend! Guten Abend! Jedenfalls habe ich hier zum Beispiel etwas, was ich noch nicht weiß, ob ich eigentlich diesen Witz erzählen werde. Ob ich diesen Witz erzählen werde gleich, denn ich habe da... Nein, da fehlt noch ein Stück. Da wurde der Text drauf. Ja, ja. Gib uns! 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 Sorry. Kann ich noch mehr haben? Ja. Ich glaube, der mag mich nicht. Ja. Sag mal, hier. Sag mal ruhig. Ja. Erstmal was. Ja. Erstmal was. Ja. Ja. Erstmal was. Erstmal was. Oh, Diego! Stop it! Stop! Stop... Stop! Stop! Stop it! Stop! No, don't! Oh, Daniel! Ich glaube... Er ist sehr gut, Franz. Nein, ich glaube, er mag mich nicht. Nein, wenn du ihn streichst... Ich soll ihn streichen. See, look. Rudi? Ich streich, ja? Komm! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Nee, nee. Né, nee, nee. Stop! Nein! 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 Nein, nein, ich mache es. Er liebt dich. Er liebt dich. So, so. I don't... Oh! All right. Good. Good tricks, you know. Can I have something special? Yes, skipping and... Seilspringen. Seilspringen? Can I do that? Can I do that? Thank you. This is a very good trick. Yeah? Yes, yeah. Yeah, I'll show you how to do it. Now, we take... You have to pad the rope. Yeah. Is it a good rope? Yeah, it's a good rope. Stop it. Not me, not me. Could you get the rope in a straight line? I like this. Yeah, yeah, yeah. Okay, it's a very difficult trick because... What he's going to do here is actually dive into the rope. When I say go, he's going to dive up into the air like this. Like, he's going to live in the air like this. ... Applaus Applaus